Deutsche Radiopreis. Das knallt. So, Lugay hat endlich los. Der Deutsche Radiopreis 2011 holt die Stars an die Elbe. Die Gäste der Gala im Hamburger Hafen und das Radio- und Fernsehpublikum in ganz Deutschland erleben eine Show der Extraklasse. Die legendäre Location, der Schuppen 52. Hier geben sich am Donnerstag unsere Besten die Ehre. Unter anderem mit dabei Herbert Grönemeyer, Roxette, James Blunt und die Söhne Mannheims. Das wird richtig fett. Wir sind live dabei. 50 Hörfunkprogramme des öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks übertragen die Show, moderiert von Barbara Schöneberger und den Radiokollegen Thomas Mohr und Sabine Beck. Mit an Bord auch das Fernsehen. Der Norddeutsche und Südwestrundfunk sowie der RBB, der Westdeutsche, Hessische und Mitteldeutsche Rundfunk, strahlen die Gala zeitversetzt aus. Das ist der Hammer. Genau. Denn den Radiopreis gibt es sogar als Livestream im Internet.